Woran denken Sie, wenn Sie genau dieses Lego-Modell sehen? Denken Sie sich vielleicht an Ihre Kindheitstage zurück, wo Sie selber eine Lego-Baustelle hatten, wo Sie vielleicht eine Polizeistation hatten, die Sie als Raketenabwehrbasis umgebaut haben, wo Sie vielleicht verschiedenste Situationen in Lego nachgebaut haben. Und denken Sie einmal darüber nach, warum Sie das umgebaut haben, weil Ihnen vielleicht die Ausgangssituation zu langweilig war, weil Sie etwas umbauen wollten, weil Sie damit gespielt haben und Sie dachten, Mensch, ich kenne das Produkt jetzt, ich finde es irgendwie langweilig, es muss besonderer werden. Ich möchte mich anders ausrichten, ich möchte eigentlich ein neues, spannendes Produkt kreieren. Denken Sie vielleicht heute daran, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn das Auto umbaut, das Dach von dem Auto abbaut, mehrere Sitze dran setzt, weil er sagt, Mensch, Papa, Mama, ich finde das Auto langweilig. Ich möchte, dass das Auto mehr kann, als es eigentlich nur können sollte. Oder denken Sie vielleicht heute als Elternteil daran, als Familie daran oder als Akteur, der mit Kindern oder mit Jugendlichen spielt oder vielleicht selber noch mit Lego Technik aktiv ist, dass Sie irgendwie ein anderes Produkt schaffen möchten. Vielleicht eine PV-Fassade an Ihr Haus ranbauen, um eigentlich zu schauen, wie kann ich eigentlich auch schon in Lego klimaneutral bauen. Was ich Ihnen sagen möchte, wir können urbane Transformationen, wir können sie spielerisch. Wir wissen, was Cradle to Cradle heißt, was Materialkataster heißt, was Materialkatalog heißt bei Lego. Denn Lego macht genau das. Wir haben modulare Bausteine, mit denen wir eben Stadt gestalten und Stadt entwickeln können. Und das möchte ich Ihnen und Euch heute als Teaser mitgeben. Ist das eine nachhaltige Transformation unserer Städte? Und wie stehen überhaupt Städte heute? Digital, smart und auch transformativ. Deswegen heute für Sie und Euch der Impuls Human Urban, wie wir disruptive Herausforderungen unserer Städte meistern und eigentlich neue Produkte in Immobilien kreieren. Jetzt holpern wir einmal über Begriffe. Disruptiv. Haben Sie eine Vorstellung davon? Sagen Sie mal ehrlich, überlegen Sie kurz nach. Was bedeutet für Sie überhaupt disruptiv? Eine Floskel, fast manchmal böhmische Dörfer, was stellen wir uns darunter vor? Wir können uns eigentlich kaum etwas vorstellen, deswegen brauchen wir Bilder. Was sind disruptive Herausforderungen unserer Städte? Ich glaube allgegenwärtig, im Moment so präsent wie nie der Klimawandel. Und nicht nur im Moment, sondern in den letzten Jahren, gar Jahrzehnten und auch in den kommenden Jahrzehnten. Die ganzen Stichwörter der letzten Generation, unsere eigenen Bestrebungen im Unternehmen, in der Politik. Wir alle beschäftigen uns genau mit diesem Klimawandel. Das ist eine disruptive Herausforderung. Ja, verstanden. Die nächste Herausforderung, ich bin gerade aus Köln nach Essen gefahren und bei uns natürlich ganz angrenzend, verschiedene Tage bauen. Der hohe Ressourcenverbrauch, den wir nach wie vor für unsere Gesellschaft und für unser Leben benötigen. Das ist auch eine disruptive Herausforderung. Das Thema Energiekrise. Wir wandeln den gesamten Energiesektor. Von Kohleverstromung jetzt so hin, erneuerbaren Energien, Windkraft, Elektromobilität. Wir haben einen viel höheren Energieverbrauch, der sich aber wandeln wird, weil die Erzeugungsformen anders sind. Und natürlich angefangen 2015 mit stetig wachsender Zuwanderung, jetzt auch durch die Ukraine-Thematik. Wir sind ganz neuen Herausforderungen, auch in Städten. Wir haben in Städten mit neuen Herausforderungen zu tun und müssen mit diesen umgehen. Alternde Bevölkerung, Generation Z, wir wandeln uns komplett und wir wandeln uns auch politisch. Sicherlich nicht positiv, aber sicherlich erschreckend. Und genau das sind Themen, mit denen wir umgehen müssen. Weiterhin Inflation, stetig wachsende Baupreissteigerung, all das tangiert uns in Städten und mit all diesen Themen müssen wir umgehen. Und nicht zuletzt der Mobilitätswandel. War es noch vor zehn Jahren der Status Quo, dass man sich an den größten Motoren aufgerieben hat. Mensch, ich habe jetzt ein neues Auto, das hat jetzt 350, 400, 500 PS. So ist es doch heute die Thematik, wie kommen wir eigentlich von A nach B? Ist unser ÖPNV qualitativ genug? Kann die Deutsche Bahn ihr Streckennetz schnell genug ausbauen? Und komme ich eigentlich attraktiv von Köln nach Essen innerhalb von anderthalb Stunden mit der Bahn? Genau das sind Fragestellungen, denen wir uns stellen müssen. Ganz übergorten und ganz überräumlich. Jetzt haben wir verstanden, okay, was ist das Problem? Was beschäftigt uns eigentlich in Städten, in der Welt und rund um unseren urbanen Kontext? Und was ist jetzt unser Befund? Was stellen wir in Städten fest, was sich verändert? Was sich verändert eigentlich ganz plakativ? Machen Sie doch einfach mal selber gerade einen eigenen virtuellen Spaziergang durch Ihre Stadt. Und stellen Sie sich vor, wo Sie Leerstand haben. Ich versichere Ihnen, Sie werden sicherlich ein Beispiel finden, wo Sie genau dieses vorfinden. Innenstadtverödung und eigentlich nicht mehr attraktive Immobilien, wo vielleicht alte Nutzer herausgezogen sind. Das nächste Thema, mangelnde Resilienz. Wenn wir an das Ahrtal uns zurückerinnern vor wenigen Jahren, wo wir plötzlich durch Starkregenereignisse immense Wassermengen hatten, die eigentlich in der Stadt gar nicht und auch in dem Land gar nicht abgewickelt werden konnten, weil man es so nicht wusste, weil man sich nicht genug darauf vorbereiten konnte, weil die Kompetenzen vielleicht auch in Teilen fehlten, um genau dieses einschätzen zu können. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, Attraktivität zu Verlust und Verödung? Jetzt ist dies, was Sie sehen, ein Bild aus Amerika. Aber wenn wir in unseren Städten uns begegnen, ich bin am Wochenende noch in Köln mit dem Rennrad gefahren und wir sind auch durch alte Industriefädel gefahren, die gerade vielleicht nicht revitalisiert werden, weil ein Investor aufgrund von Baupreissteigungen und aufgrund der kritischen Marktlage abgesprungen ist, dann sieht das auch bei uns direkt in der Umgebung genau so aus. Und das sind Szenen, mit denen wir arbeiten müssen. Genauso wie das Thema von monofunktionalen Strukturen. Hier ganz simpel Spielhallen. Wohin möchten wir unsere Städte entwickeln und wie sollen sie nutzungsgeladen aufgebaut sein? Versiegeln wir heute nur noch oder wie versiegeln wir? Ist es Recyclingbeton oder wie können wir eigentlich bauen? Ist es Holzbauweisen? Was schreiben wir eigentlich Entwicklern, Investoren, Bauträgern vor? Wie können wir bauen? Was können wir empfehlen? Und was können wir auch mit Städten gemeinsam gestalten? Ich glaube, das ist das Wichtige, worüber wir in den nächsten Jahren immer mehr sprechen müssen und das auch werden. Und zuletzt, ich habe lange darüber geschluckt, als ich dieses Wort selber auf die Folie geschrieben habe, Funktionsverlust. Funktionsverlust unserer Innenstädte. Eigentlich das Herz des ganzen Wandels, worum sich eben unser Leben dreht, unser urbanes Leben dreht, das sind unsere Innenstädte. Und hier allgegenwärtig Galeria Kahrstadt-Kaufhof. Leerstand, Rückzug, Entmietungen, Brachflächen. Erschreckend, oder nicht? Problemverstanden, disruptive Herausforderung, Befundverstanden, unsere Städte ändern sich, Herausforderung meistern. Wie kann man überhaupt damit umgehen? Was sind Themen, wie man genau diese Herausforderung bearbeiten kann? Ich möchte Ihnen einmal ein paar Impulse mitgeben. Die sind jetzt bewusst ungeordnet und dann ordnen wir die Impulse einmal. Okay, es gibt verschiedene Städte, die wenden ein City-Management an. Das Thema Runderttisch, Innenstadt, wo ich bewusst Akteure zusammenbringe, Bestandshalter zusammenbringe, kommunale Akteure zusammenbringe und gemeinsam schaue, wie kann ich Stadt gestalten. Aber nicht nur als Kommune zu sagen, wir geben euch ein Innenstadt-Entwicklungskonzept, wir denken es weiter. Nein, auch als Kommune zu sagen, was ist eigentlich euer Weg? Wo möchten wir hin? Was ist unsere Vision, unser Branding für die Innenstadt? Was möchten wir erreichen und durch welches Storytelling bekommen wir das hin? Bestandshalter, Investoren haben ihr eigenes Storytelling und wie matcht das zusammen? Und das ist genau das, was wir heute viel mehr triggern müssen. Gemeinsam eine Geschichte erzählen rund um die Innenstadt. Und das geht nur gemeinsam und auf Augenhöhe. Das kann aber auch dahin gehen, dass ich sage, Mensch, wie kann ich mit Regenwasser umgehen? Wie kann ich eigentlich Regenwasser nutzen als Brauchwasser im Stadthaushalt, auch für das Thema Resilienz und Hitzeinseln? Hitzeinseln sind auch das Thema, wie gehe ich eigentlich mit Verschattung im urbanen Raum um? Was gibt es für Lösungen? Sind es Gebäudehüllen? Sind es Materialitäten? Sind es vielleicht, wie hier auf dem Bild, ganz simple Elemente, die interimsmäßig aufgestellt wurden, nur um das Thema Hitzestress eigentlich angehen zu können? In einer Fußgängerzone einfach mit Planen aufgeständert. Sind das Lösungen? Sind das Interimslösungen oder kann das eine Langfristigkeit erfahren? Dann das Thema, ich finde es eigentlich ein sehr charmantes Beispiel, Parklets. Wandeln Sie bestehende Parkplätze, Parkflächen, eigentlich zu Sitzmöglichkeiten, Grünflächen etc. um. Es gibt verschiedene Beispiele im Ruhrgebiet. In Dortmund kenne ich es. Ich kenne es aber auch aus Köln, wo man eigentlich eine der Nebeneinkaufsstraßen, die Ehrenstraße auch umgebaut hat, zu einem autofreien Raum mit Parklets, mit einzelnen Sitzinseln. Wirklich spannende Möglichkeiten. Und letztendlich das Thema Ladeinfrastruktur. Mein Wunsch, PV-Ladeinfrastruktur. Über den Ladeflätzen PV-Module zu installieren, wodurch sich eben der Ladestrom speisen kann. Jetzt denken Sie sich sicherlich, warum hat mir jetzt Kilian so viele verschiedene Szenarien ohne Kontext aufgezeigt? Warum sind das alles nur so einzelne Bausteine, die wir gerade noch nicht wirklich in Zusammenhang sehen können und verbinden können? Ich wollte Ihnen gerade genau das Beispiel geben, was ich und was wir von Dresden Sommer immer mit Kundinnen und Kunden diskutieren. Eigene Betroffenheiten. Ich habe das Thema PV-Ladeinfrastruktur gerade aufgebracht, weil ich gerade mit dem E-Auto nach Essen gefahren bin, hier zum Campus. Und ich mir natürlich auf der Fahrt denke, Mensch, warum, wenn ich an der Autobahn halte, ist da kein PV-Modul drüber? Oder ich vielleicht vor sechs Tagen in der Dortmunder Innenstadt war, es ziemlich warm, und ich dachte, Mensch, die Gebäude reflektieren viel Wärme. Kann man das nicht anders lösen? Und genau diese individuellen Betroffenheiten, das ist unsere Aufgabe in der urbanen Transformation, diese zu sortieren und die zusammenzubringen. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal eine Folie mitgebracht. Entschuldigen Sie das, die ist etwas textlich überladen, aber das ist, glaube ich, wichtig und richtig, das genauso zu verstehen. Wir bei Dresden Sommer haben eine Haltung. Diese Haltung ist für uns Blue City, wie wir eigentlich den urbanen Raum und unsere Stadtgestalt verstehen möchten. Für uns ist es aber am allerwichtigsten, Prioritäten zu setzen. Ich habe Ihnen hier ein System mitgebracht, was verschiedenste Säulen triggert. Stadtstruktur, Immobilie, Biodiversität, wie gehen wir mit Grün in der Stadt um, Gesellschaft, wie ist unsere Gesellschaft aufgebaut, welche sozialen Angebote braucht Stadt, Mobilität. Wir hatten gerade ein Beispiel mit der PV-Ladeinfrastruktur, Klima, Abfall und Ressourcen, Cradle to Cradle, Energie, Wasser, Finanzen und nicht zuletzt die sehr, sehr wichtige Digitalisierung. Es soll Ihnen aufzeigen, es gibt extrem viele Facetten, die wir als Städte bedenken müssen. Aber diese Facetten müssen Sie priorisieren, denn sonst finden Sie keinen geeigneten Weg, wenn Sie das vollumfänglich beschreiben und begehen wollen. Deswegen für uns ist es am wichtigsten, Prioritäten zu definieren. Schauen Sie sich Ihr Quartier an, schauen Sie sich Ihren Stadtteil an und setzen Sie einmal mit vier Säulen fest. Was sind für uns treibende Kräfte für eine urbane Transformation? Auf welche Säulen möchten wir gehen? Wir machen gerade ein Innenstadtkonzept für eine Kommune in Nordrhein-Westfalen und da gehen wir bewusst auf vier Säulen. Diese vier Säulen sind einerseits Stadtstruktur, Immobilie, weil wir nachverdichten möchten. Diese Säulen sind auch Gesellschaft, weil wir bewusst sagen, die Gesellschaft ist gerade sehr homogen, wir möchten heterogener werden, wir möchten neue Angebote schaffen, verschiedene Nutzungsstrukturen schaffen, mehr sozialen Wohnungsraum ermöglichen, Kitas entwickeln, Schulen bauen. Eine Säule ist auch Mobilität, weil wir an einem Außenstandort sind und wir wirklich Lösungen finden müssen, wie wir diesen Stadtteil mehr in die Gesamtstadt einbinden. Und ein Thema ist auch Abfall und Ressourcen, weil dort ein neues Quartier entwickelt wird, was den Anspruch Credit to Credit in sich trägt. Das sind zum Beispiel in diesem Beispiel die Prioritäten. Und genau die müssen Sie, müssen wir in unseren Projekten finden. Ich möchte Ihnen jetzt aber in den kommenden Minuten ein Beispiel mitgeben, wie wir genau diese Prioritäten finden und wie auch wir Prioritäten für uns in Projekten gefunden haben. Und genau eine dieser Prioritäten liegt im allumfänglichen Bereich der Stadtstruktur und Immobilien. Denn das sind für unseren urbanen Raum eigentlich die Anziehungskräfte der Innenstädte. Da passiert was, da sind Nutzungen, die uns triggern, da sind Nutzungen, wo wir hin möchten, die uns begeistern und die uns eigentlich das Herz der Stadt erlebbar machen. Und jetzt möchte ich aber gerade einmal stoppen. Ich hoffe, Sie denken jetzt nicht nur an Lego und was Sie umbauen können oder umbauen möchten, vielleicht später, wenn Sie wieder zu Hause sind oder Sie ein Lego-Modell haben. Das sollte jetzt nicht der Ziel sein, sondern Sie sollen sich daran zurückerinnern, dass ich eben davon gesprochen habe, Stopp, Funktionsverlust von Innenstädten. Lassen Sie sich das mal kurz durch den Kopf gehen. Funktionsverlust. Die Innenstädte sind extrem geprägt durch Einkaufsmöglichkeiten. Das zeichnet eigentlich eine Innenstadt aus. Ich habe Ihnen hier eine Statistik von der Zima mitgebracht. Innenstädte sind der treibende Pol. Vor allem die Einkaufsfunktion dort. Und was ist, wenn sich genau diese verändern? Weil plötzlich Galerie, Karstadt-Kaufhof, große Kauf- und Warenhäuser nicht mehr in den Innenstädten sind. Wie gehen wir damit um? Kann öffentliches Grün, kann Gastronomie das ausgleichen? Kann das Aufenthaltsqualität ausgleichen? Ich weiß es nicht. Wissen Sie es? Jahrzehntelang waren genau diese Kauf- und Warenhäuser ein sehr prosperierendes Merkmal unserer Innenstädte. Hier das Beispiel Galerie Lafayette. Ein, glaube ich, tolles Beispiel dafür, wie solche Kauf- und Warenhäuser Besucherströme lenken, für Städte begeistern, zu den Weihnachtszeiten. Ich kenne es selber noch aus meiner Kindheit. Ich bin in Soest groß geworden, wenn das Highlight war, wenn man vor Weihnachten einmal ins Zentrum, nach Oberhausen fahren konnte. Diese Ströme der Menschen, die sich in Innenstädten bündeln und sammeln, glaube ich, etwas ganz Besonderes und ein ganz besonderes Merkmal, was vielleicht nicht mehr der Fall ist. Und sind genau jetzt diese Kauf- und Warenhäuser auch eigentlich Treiber des Leerstandes, die unsere Innenstädte verändern und vielleicht auch eine urbane Transformation hemmen oder uns vielleicht ein neues Potenzial genau dafür aufzeigen? Wir können, glaube ich, relativ plakativ sagen, der Druck in Nordrhein-Westfalen genau für diese Thematik ist eklatant hoch. Wir haben, wenn Sie es anschauen, 31 Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof in Nordrhein-Westfalen. Und allein sieben Schließungen sind schon vollzogen worden und die nächsten acht Schließungen werden zu Beginn des kommenden Jahres erfolgen. Und hier ist insbesondere, ich habe es uns einmal so leicht blaulich hervorgehoben, das Ruhrgebiet und die Rheinschiene insbesondere betroffen. Und jetzt überlegen Sie sich einfach mal, ich habe fünf Beispiele mitgebracht. In Hagen macht die Verkaufsfläche von Galeria Karstadt-Kaufhof 18 Prozent der gesamten Innenstadtfläche aus. Und jetzt erinnern wir uns einmal daran zurück, dass eigentlich Einzelhandel der Treiber für Innenstädte ist. Merken Sie, wo das Problem liegt? Wir haben ganz klar verstanden, es gibt ein Problem, es gibt ein Befund, aber es gibt vor allem auch eine Lösung dafür. Und genau diese Lösung möchte ich Ihnen jetzt aufzeigen. Die Lösung ist vor allem, Einzelhandel zu ergänzen, die Funktion von Innenstädten zu ergänzen, Medizin, Behörden, Schulen, Bildungsangebote, Beratungsangebote für Senioren, Pflegefunktionen, genau das sind Funktionen, die Stadtschwiegern und die Wertsinstädten integrieren müssen. Jetzt fragen Sie sich aber sicherlich, warum ist jetzt links ein Bild hier von der Zeche Zollverein? Wie steht das zusammen? Naja, wir können urbane Transformationen. Ich stehe gerade genau an einem Ort, der mir genau das zeigt. Wir kommen im Ruhrgebiet von einer Montanindustrie, von einem jahrzehntelangen Industrie- und gesellschaftlichen Pol, den wir umstrukturiert haben, wo wir gesamt neue Strukturen im Ruhrgebiet geschaffen haben, die leben. Ja, und warum können wir das nicht in Innenstädten? Warum können wir jetzt nicht genau diese Haltung in Innenstädte übertragen? Gibt es dafür Beispiele? Ja, es gibt schon Beispiele. Hier eine Studie, von PwC erarbeitet von 2010 bis 2020, wo bewusste Einzelhandelsstandorte, große Kauf- und Warenhäuser analysiert wurden, im gesamtdeutschen Raum. 52 Prozent dieser Immobilien, die geschlossen wurden oder entmietet wurden, wurden umgebaut und sieh an. Davon wurden 49 Prozent durch Mixed-Use-Nutzungen ersetzt. Ich habe Ihnen eben die Folie gezeigt. Genau solche Funktionen, Medizin, Beratungsangebote, Büronutzungen, Wohnen, genau das brauchen unsere Innenstädte und das triggert auch die weiteren Funktionen von Einzelhandeln. Und jetzt denken Sie sich, okay, wir haben uns gerade Beispiele angesehen in Deutschland. Wo sind denn genau diese Beispiele? Gibt es Best-Practice-Beispiele, die schon realisiert wurden? Wie kann das aussehen? Wahrscheinlich kennen Sie genau diese Beispiele, Beispiele sind Ihnen nur gerade gar nicht vor Augen. Deswegen habe ich einfach mal zwei exemplarische Beispiele mitgebracht. Hier die neuen Höfe in Herne. Ein ehemaliges Hertikaufhaus, was gemeinsam mit Landmarken AG und deren HPP-Architekten umgebaut wurde. Eigentlich von einer ehemaligen Einzelhandels- und Kaufhausnutzung hin zu einem Multi-Ju-Stadtbaustein mit Lagenlokalen, Gastronomie, Büronutzung und Fitnessstudios in einer sehr urbanen Lage. Sie sehen es vorher und Sie sehen es nachher. Nach außen nehmen Sie die Veränderung gar nicht wirklich wahr. Es ist ein gewachsener Stadtbaustein, den Sie weiterhin sichern können und sichern tun. Aber es ist anders geworden. Es ist neu geworden. Es ist ein neues Nutzungskonzept geworden. Das andere Beispiel ist das Hertikaufhaus in Lünen. Auch hier Gebäudeabriss, Gebäudeumbau, neue Nutzungseinheiten, Banken, Ladenlokalen, Gastronomie, Arztparks und Wohnungen. Genau das sind Beispiele für unsere Innenstädte, die wir brauchen und die wir genau so benötigen und auch dafür Akteure benötigen, die genau das umsetzen. Denn wenn wir keine Akteure haben, wenn wir keine Treiber in der Innenstadt haben, dann können wir auch damit nicht umgehen. Und das fängt natürlich bei den ersten an, bei unseren Kommunen. Denn gerade Kommunen müssen eine Haltung aufzeigen. Wie möchten Sie mit diesen Immobilien umgehen? Aktiv auf Bestandshalter zugehen, aktiv auf die Nutzer zugehen, mitnehmen, abholen und vor allem Fördermöglichkeiten nutzen, genau das angehen zu können. Haltung. Was ist eigentlich meine Haltung? Was ist unsere Haltung als Dresden Sommer und wie möchten wir genau dieses Themenfeld bearbeiten und wie bearbeiten wir es eigentlich auch schon? Wir haben vor knapp anderthalb Jahren einen sehr spannenden Imagefilm herausgebracht, wo ich zugegebenerweise auch selber lange drüber nachdenken musste, bis ich ihn verstanden habe und bis ich die Haltung verstanden hatte dessen. Und jetzt verstehe ich sie. Gegensätze zu vereinen, um eine Welt zu kreieren, in der wir leben wollen. Was heißt Gegensätze zu vereinen? Der Bestandshalter möchte vielleicht etwas anderes als Sie als Kommune. Aber wenn Sie gemeinsam einen Weg aufzeigen, gemeinsam Kompromisse bilden können, dann können Sie eigentlich ein neues Produkt aufzeigen, was Ihnen genau das ermöglicht. Das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mache ich mittlerweile bei Dresden mit über 5000 Kollegen national und international. Wir wollen bewusst diese Expertisen hineinbringen, diese Expertisen um diese beiden Säulen. Beratung, Umsetzung mit der Klammer, eigentlich mit einem Blick auf die Immobilie. Was heißt das für uns? Und was sind jetzt genau Projekte, wo wir diese Haltung hereinbringen möchten, wo wir diese Haltung aufzeigen möchten? Das ist unsere Haltung Redefine Urbanity. Sie merken es. Ich komme wieder mit einem Wort, was wir erklären müssen und wo wir darauf eingehen müssen, was wir verstehen müssen. Redefine, neu definieren. Neu definieren von Haltung. Neu definieren von Urbanität. Was ist Urbanität? Ist es noch das, was es vor 10 oder 15 Jahren war? Oder wie schaut Urbanität in den nächsten Jahren aus? Ich habe Ihnen ein Beispiel aus Berlin mitgebracht. Das Berlini-Bekin. Direkt am Zoologischen Garten. Eine alte Warenhaus-Büronutzungsimmobilie. Damals übrigens ein Herstellungshaus für Damen-Oberbekleidung. Deswegen übrigens auch der Name Bikini Berlin. Heute aber eine vollkommen prosperierende Shopping-Mall, die lebt, die pulsiert und die ein Pol darstellt. Zugebenderweise sind wir aber gerade in Berlin in einem absoluten A-Plus-Standort mit einem absoluten A-Plus-Konzept, wo so etwas auch funktioniert. Wir haben aber auch Immobilien, die städtebaulich im Umfeld höchst attraktiv sind, die aber wie hier in Wuppertal liegen, wo ein Nachnutzungskonzept aufzustellen ist, wo ich genau mit einer solchen Immobilie in einer solchen Stadtlage umgehen muss, wo ich begeistern muss. Und wie kann ich begeistern? Und wie kann ich eigentlich solch eine Immobilie für mich schneiden? Wie kann ich sie bearbeiten? Wir haben dafür für uns einen Weg empfohlen. Einen Weg, den wir selber angehen möchten aus Analyse, Konzept und Projektierung. Früh in das Gebäude reinzugehen, früh anzuschauen, was kann das Gebäude heute? Welches Nutzungsraster hat das Gebäude? Welche Materialitäten kann ich sichern? Wie ist das Gebäude energetisch aufgestellt? Welche Nutzungen sind heute im Gebäude, die ich vielleicht sichern muss, mitnehmen muss? Und wie ist die umgebende Struktur in der Stadt? Das ist die Analyse. Aus der Analyse muss man ein Konzept aufzeigen, eine Vision aufzeigen, ein Storytelling aufzeigen und ein Branding aufzeigen. Als ich damals studiert habe, auch in Dortmund, merkte man immer, es geht um Städtebau, es geht um Strukturen. Heute geht es darum auch noch. Es ging auch damals schon um Leitbilder, um Visionen. Das geht es heute auch noch. Aber es geht noch viel mehr um Branding, um Storytelling, um Abholen, um Mitnehmen. Das ist viel wichtiger, weil diese Immobilien sind allesamt Baumsteine, die vorher in klassischen Fondsstrukturen platziert. waren Einzelhandelsfonds, die genau solche Immobilien in sich vereinen. Und jetzt schlagen Sie jemanden vor, wir müssen diese Immobilie umbauen. Da kommt Büro rein, da kommt Dienstleistung hinein, da kommt Tagespflege rein, es kommt eine Kita aufs Dach mit einer Dachterrasse. Merken Sie plötzlich etwas? Monostruktur, Multistruktur. Und das müssen Sie platzieren, dafür müssen Sie begeistern, dafür müssen Sie abholen. Und deswegen ist für uns gerade sehr wichtig, dieses Konzept zu bearbeiten, dieses Konzept sich anzuschauen, um daraus eigentlich wirklich ein Umsetzungsprojekt zu machen, die Projektierung zu vollziehen, also die Mobile wirklich zu durchschneiden. Welche Materialien können wir sichern? Wo müssen wir rückbauen? Wo müssen wir eine neue Fassade ransetzen? Wo müssen wir Kern durch das Gebäude schneiden? Weil wir merken, naja, wenn Sie in einem Kauf- und Warenhaus sind, Sie kennen das sicherlich selber, haben Sie schon mal Fenster in einem Kauf- und Warenhaus gesehen? Wenn Sie ein Beispiel haben, schreiben Sie es gerne in den Chat. Und es gibt nicht viele Beispiele davon, weil Sie eigentlich sehr zu sind und sehr hohe Gebäudetiefen haben. Das heißt, Sie müssen Maßnahmen vorsehen und diese Maßnahmen auch projektieren. Das ist für uns in der Projektierung wichtig. Hier sehen Sie das nochmal kurz. Ich möchte es jetzt nicht in tiefe Leute hin, einfach nur aufzeigen. Es geht darum, Marktstandort zu verstehen, wo steht die Immobilie, was kann in das Umfeld, welche Nutzungsgruppen werden gefragt, welche Nutzungsgruppen braucht die Stadt. Es geht darum, das Gebäude aufzunehmen, ein Nutzungskonzept aufzulegen, ein Umbaukonzept zu entwickeln, das Ganze in der Businessplanung zu modellieren und abzuwickeln. Was ich Ihnen genau damit aufzeigen möchte, eben habe ich gesprochen von Branding und von Storytelling. Das reicht nicht nur, weil die erste Frage ist sofort, wenn Sie in Gesprächen sind, Herr Honecke, wie ist das umsetzbar? Können wir das umsetzen? Und unter welchen Prämissen? Wie lange dauert es? Welche Fördermittel können wir nutzen? Und kriegen wir Lockerungen baurechtlich? Weil aktuell ist es eine Einzelhandelsnutzung. Genau das sind Fragen, die Sie beantworten müssen, um genau solche Immobilien urban zu transformieren, denn sonst funktioniert das nicht. Jetzt habe ich von Storytelling gesprochen, wie sich solche Immobilien in dem urbanen Kontext platzieren. Einfach mal ganz simpel runtergebrochen. Überlegen Sie sich mal, wo solche Kauf- und Warenhäuser stehen. Meistens in sehr prägnanten Lagen einer Innenstadt. Meistens an Straßenecken, an zentralen Funktionen, die ein Hotspot A mit einem Hotspot B verbinden und vielleicht dem Bahnhof oder dem Rathaus. Und Sie stehen dort in einer wirklich eklatant positiven Impulszone, wo Sie die Stadt bei dieser neuen urbanen Transformation, solche Immobilien, ganz neue Impulse geben können. Weil Sie plötzlich horizontal vernetzen können. Weil Sie einen Baustein schaffen, der eine ganzheitliche Belebung der Stadt vollzieht. Der eine Nutzung der Immobilie ganzheitlich vorsieht. Der städtebauliche Qualitäten qualifiziert und für neue Nutzungen begeistert. Ich gebe, wir gedenken noch einmal kurz zurück an das Beispiel aus Wuppertal, was ich Ihnen gerade gezeigt hatte. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, was umgebend für eine Struktur war. Ein hochwertiger Altbau mit Qualität. Und genau daran müssen Sie aufbauen. Nutzen Sie genau diese Strukturen, um zu beleben. Wie beleben Sie? Ich habe einmal wieder ein kleines Beispiel mitgebracht. Diesmal kein Lego-Modell, sondern einfach mal eine Skizze, die aufzeigen kann, wie können sich diese Nutzungen entwickeln. Sie haben oben Wohnnutzungen, kommen vielleicht dann zu besonderen Wohnen, zu Pflegewohnen, zu Altenwohnen, kommen dann zur Kita mit vielleicht einer Nutzung der Dachterrasse, haben dann Offices, Fitness-Einrichtungen, Tagespflege, im Erdgeschoss Handel und Gastronomie und in den Untergeschossen ein urbanes Rechenzentrum, vielleicht eine Tiefgarage. Jetzt denken Sie sich gerade, das ist Fiktion. Nein, das ist gerade genau eines der Projekte, wie wir es abwickeln. Genau hier reinzugehen und zu prüfen, welche Bausteine benötigt eigentlich diese Immobilie und welche können wir auch integrieren. Natürlich haben Sie Herausforderungen. Sie müssen prüfen, kann ich eigentlich das gesamte Gebäude so sichern? Muss ich Bestand abreißen, weil er sich nicht für genau diese Nutzungen eignet? Muss ich Gebäudeeinschnitte vornehmen? Funktionieren diese Nutzungen überhaupt im Gebäude? Funktioniert es, dass eine Kita überwohnen oder unterwohnen ist? Wie ist das Lärmempfinden in dem Gebäude? Ist meine Dachterrasse eigentlich ausreichend? Sie brauchen 280 Quadratmeter für eine Kita-Gruppe. Auf einer Dachterrasse funktioniert das überhaupt, dieses Konzept? Und letztendlich, wie kann das Gebäude auch materialitätsseitig aufgebaut sein? Welche Materialitäten möchten wir integrieren? Welche sind schon im Gebäude drin, die wir weiter nutzen können? Und wie funktioniert dann das Gebäude mit der Stadt? Und jetzt merken Sie, jetzt spreche ich hier wieder von vertikaler Vernetzung. Eben habe ich von horizontaler Vernetzung in der Stadt gesprochen, wo Sie diese Immobilie setzen und mit verschiedenen Polen verbinden. Jetzt spreche ich von vertikaler Vernetzung, weil die Nutzungen in sich funktionieren. Das Wohnen nutzt vielleicht die Fitnesseinrichtung oder das Office. Das besondere Wohnen nutzt vielleicht die Tagespflege, weil Sie oben schlafen und tagsüber sich vielleicht eine Tagespflege aufhalten. Die Kita kann auch vom Wohnen genutzt werden, weil vielleicht junge Familien in der Immobilie wohnen. Und der Handel und die Gastronomie kann eben auch von den Berufstätigen im Office verwendet werden. Also Sie merken relativ schnell, wir schaffen plötzlich eine Immobilienausgangssituation, die genau gerade von den Städten gefordert wird. Es wird gefordert, Ganzheitlichkeit, Einzelhandel beleben und kann genau durch solche Pole aufgezeigt werden. Sicherlich ein Konzept, was nicht in jeder Immobilie gleichsam funktioniert. Es muss immer noch etwas, gerade am Anfang etwas Besonderes bleiben, eine Monopolstätzung bleiben, ein Sichtpol bleiben. Erinnern Sie sich vielleicht daran zurück, was auch die Zeche Zollverein hier für ein Sichtpol in der Region ist. Diese Begeisterung, die immer noch um diesen Kreis der Zeche Zollverein schwingt. Jedes Mal, wenn ich hier hinfahre, fühle ich mich irgendwie im Positiven angetan von dieser Struktur. Und genau das ist auch so etwas, was solche Immobilien eröffnen müssen. Sie müssen erstmal begeistern, sie müssen sexy werden. Man muss an sie denken, man muss genau dieses Konzept verstehen. Und das Konzept verstehen heißt auch wirklich tief in die Immobilie reingehen. Ich habe Ihnen mal das Projektbeispiel mitgebracht, was wir gerade bearbeiten. Und hier sehen Sie ganz gut, von wo kommen wir? Links sehen Sie Einzelhandelsstrukturen, Sie sehen viel Parken. Sie sehen aber auch ein Gebäuderaster, zehn mal zehn Meter, was Sie nutzen können. Und genau dieses Gebäuderaster haben wir uns als Basis genommen, um einen Nachherentwurf aufzuzeigen. Sie sehen, plötzlich fehlen Gebäudekanten, plötzlich ist innen drin etwas leer und plötzlich ist hinten eine Dachterrasse. Bewusst teilweise Rückbau von Gebäudeanheiten, um vorne eine neue Platzstruktur zu schaffen. Gerade für die horizontale Vernetzung in der Stadt, dass Sie plötzlich eine neue Struktur kreieren. Dann aber auch oben in den oberen Geschossen Tagespflege zu integrieren, Arztpraxen zu integrieren und auch Dachterrassen zu integrieren. Stichwort Hitzestress in Städten. Es wird heiß. Sie erinnern sich eben, ich habe Ihnen ein Bild gezeigt von dieser Verschattung in einer Einzelhandelsachse. So ist auch eine Möglichkeit, bewusst Gebäudeteile rückzubauen, weniger Fassadenflächen zu haben, zu begrünen und dadurch wiederum andere Klimapole in Städten zu kreieren. Oder hier, wenn wir in die oberen Geschosse gehen, wo vorher ein Lager war und Parkflächen waren, wurde jetzt der gesamte Lagerblock rückgenommen und eigentlich ein neuer Gebäudeteil aufgesetzt. Mit Büronutzungen, mit einer Kita-Nutzung, mit einer passend dimensionierten Dachterrasse. Und Sie merken, es ist plötzlich eine ganz andere Immobilienstruktur, die es uns irgendwie antut. Die etwas Neues ist, die etwas anderes ist und die eine spannende Struktur aufzeigt. Und das ist genau etwas, was wir gemeinschaftlich entwickeln müssen. Ich war jetzt vor knapp zwei Wochen auf der Exporale in München und ich glaube, ich habe nie so viele Gespräche wie in dieser Messe das Thema Bestandsnutzung, Umnutzung von Kauf- und Warenhäusern angesprochen. Immer wieder mit Akteuren gesprochen, mit Architekten, mit Bestandshalter, mit Investoren. Etwas, was man gemeinschaftlich diskutieren muss und gemeinschaftlich weiterentwickeln muss. Und dieses Gemeinschaftliche möchte ich tun. Kommen Sie auf mich zu. Vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn, damit wir eigentlich genau diese Thesen nutzen können. Diese These, Multi-Use und Wandlungsfähigkeit. Wir kommen noch einmal zum Beginn zurück. Lego. Ist Lego wandlungsfähig? Ja. Als ich ein Kind war, habe ich mit den Legos meines Patenonkels gespielt. Die waren damals schon 25 Jahre alt. Die funktionierten immer noch. Warum? Weil ich einen Materialkataster hart hatte. Also eine Box, wo ich einfach die Legos in verschiedene nach Farben und nach Bausteingrößen sortiert habe. Merken Sie? Das ist ein Materialkataster. Das gibt es schon. Genau deswegen ist Lego wandlungsfähig. Lego ist auch wandlungsfähig, weil ich es immer umbauen kann, weil es flexibel ist, weil es Multi-Use ist, weil ich vielleicht in meiner Polizeistation ein anderes Gebäude aufsetzen kann. Und genau das brauchen innovative Gebäude, smarte Quartiere und intelligente Städte. Genau so ein Verständnis müssen wir schaffen, damit es wandlungsfähig wird. Sie müssen in die Immobilien reingehen und das mit ihren Kundinnen, Kunden und mit sich diskutieren. Was möchten Sie erreichen? Ist es nur ein erster Workshop mit einem Kunden, mit einer Bestandshaltung, um nochmal aufzuzeigen, hey, was stellen wir uns als Stadt vor? Oder ist es sofort eine ganzheitliche Machbarkeitsstudie, die wir genau da ansetzen? Und zu guter Letzt, das ist nicht die einzige Herausforderung. Disruptive Herausforderungen bleiben und das ist auch gut so, denn diese disruptiven Herausforderungen verlangen uns immer dazu, neue zu denken. Klimapositiv, kreislauffähig, Transformation der Energiewirtschaft, Smart City und Mobility, eigenorganisiertes Property Management in Gebäuden, das Gebäude kommuniziert mit der Stadt, sagt, was es braucht, sagt, wann, wo das Licht an- und aussahen muss, sagt, wann Leute in das Gebäude gehen müssen, um das Gebäude zu reinigen. Das Ganze in der Stadt mit Multi-Use. Click and Deliver, wie bekomme ich eigentlich meine Pakete? Was sind Geschäftsmodelle für neue Immobilien? Das, was ich Ihnen gerade aufgezeigt habe, solch eine Immobilie, wer betreibt die eigentlich? Wer hat die Kompetenz genau dazu? Und wie funktioniert das eigentlich auch im Bau? Was ich Ihnen mitgeben möchte, heute in diesem frühen Impuls, alles bleibt anders in den nächsten Jahren und heute. Und das ist gut so. Denn solange alles anders bleibt, gibt es uns Mut, Veränderungen zu gestalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für das schöne Panel am heutigen Morgen.